Vom Rekrut hab ich erstmal genug und damit hallo einerseits und welcome zurück bei Rainbow Six Siege. Was hat da geantwortet, der Herr Redner? Schon wieder. Vielleicht will er ja Jäger sagen. Jäger, was eine Stimme? Die Kackecke hier. Ich bin ja stössender Mann. So was. Komm schon. Okay, ah stimmt was. Ich wurde entdeckt. Weil nämlich... Twitch hat meinen Stössender zerstört. Ich hab ihre Kmar zerstört. Ich wurde entdeckt. Na. Hm, kann ich verstehen. Ich mit meinen Stössern dann auch recht wenig, wobei ich kann immerhin noch die Fenster ärgern. Jetzt geh doch mal weg, du dickes Ding. Kamerafrau. Oh Gott, wenn die hier ist, dann geht das schief. Ach, die, ein Schwein. Die haben Hammermann, die haben auch Fuse. Ach du Kacke, die haben Fuse. Zum Glück steht da noch ein Stössender. Hm, die Kamera haben sie gefunden. Twitch-Kamera kommt wieder rein. Vorm Treppenhaus. Twitch ohne habe ich. Gut. Jetzt an der Tür, Twitch. Nein. Oh, Jäger hat alles abgefangen. Oh, Granate. Alter, muss hier im Raum bleiben. Aua, jetzt nicht mehr. Ah, Treppenhaus kommt backhoch aus der Garage. Treppenhaus. Ach, Scheiße. Ich hasse die Position so als Verteidiger. Da warst du. Warst der ganz schön weit weg. Hast du Buck noch bekommen? Nein. Nee, Buck nicht. Er hat Termin bekommen. Bei der kam die gleiche Treppe hoch wie... Let'sch. Bei denen ist bloß einer gestorben. Ja, und das war es letztendlich. Nee, der Termin liegt man nicht. Dann hatte ich bloß noch 13 HP. Hättest du nicht mal so ein Fenster reinpfeifen können? Wo denn? Aus der Hosentasche. Eine große Klappe habe ich nicht. Na. Die schreien schon rum? Oder die haben gerade mit einer Kontaktgranate... Okay. Im Treppenhaus da, die eine Wand, da haben sie ein Loch drin. Und die Grabstunde haben sie. Okay. Im Bad ist noch niemand. Ah, ich will nur ins Bett fahren. Oh, bitte lass das. Puh, also das Bad macht dem Mann zu. Oh, hinter den Schrank hackt sich jemand. Einer mit Jeans. Ein Deutscher. Also im Hauptschlafzimmer... Es sind zwei. Alle Außenkameras kaputt. Das darf ein Störsinn, oder? Jetzt nicht mehr. Okay, ich gucke mal im Hauptschlafzimmer, ob da noch ein bisschen ist. Hauptschlafzimmer ist sauber. Bad auch. Streusprengsatz eingesetzt. Ach komm. Ich habe... Jetzt kam ein Schuss von hinten. Da kommt. Im Baustellzimmer ist einer. Baustellzimmer. So. Teich wieder schon. Den Behälter sichern. Wo war der? Ach, da unten ist die Grabschfrau gewesen. Die kam aus dem Keller auch. Ach so, ach so, ach so. Rekrut, Rekrut. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Das Rekrut. Bin ich ja gespannt. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgut... Nicht umbringen. Lass die. Aua. Kack, Tütschdrohne. Nein, lass das doch. Krieg dich schon noch. Komm her. Yeah. Über dich wurde schon abgestimmt. Ich hab mich vor dich gestellt, ganz schützend. Voll lieb von mir. Ist jemand verletzt? Es bleiben noch 10 Sekunden. Geht ja schon wieder gut los. Es bleiben 5 Sekunden. Aber Hauptsache, die bringen sich nicht final um. Die haben den Bio-Gefahrgut-Gehälter lokalisiert. Platzier 3, 2, 1. Hätt noch ne Wand. Wenn du auch noch was hast, dann hier. Nee, hab ich schon. Hab meine Schuhe am... Am Tor. Also mit der Drohne könnten sie nur noch beim Regal rein. Aber im Gymnastikraum ist eine Drohne zu hören. Da ist aber ein Störsender. Dieserseits. Hauptsache, dem nicht EMP-Mann. Jetzt hab ich was identifiziert. Da unten, das seh ich nicht durch das Gebüsch. Aber die Kamera sieht das. Ah, lass das doch. Ah, wenn nicht sterbe ich jetzt. Feind gescannt. Termit haben sie. Zum Glück ist da gestörsendet. Twitch haben sie noch. Ja, wussten wir schon. Oder läuft was draußen lang? Eine Barrage läuft die ganze Zeit lang. Hm, hinten läuft jemand hoch. Noch rot markiert. Das Erdgeschoss-Tier ist immer noch da. Ich setze den Sensor ein. Was ist neben uns? Ich mach bei mir mal auf. Komm schon. Ich wurde entdeckt. Ja, nichts zum Entdecken. Die kommen da, wo gelb ist. Drohne drin. Ja, hab sie. Da, wo gelb ist, haben sie gerade was gesprengt. Da kommt auch jemand an. Haps. Ich muss nachladen. Kann jetzt nicht decken. Ich lieg hier hinten am Tor. Okay, okay. Ich hab die Tür im Blick. Wir, die letzten. Zwei gegen zwei. Über uns hüpft noch was. Kapka, äh, Kapka und Kapitao. Hm. Ich glaub, die gehen ins Gymnastikzimmer. Ah, tot. Boah, das ging schnell. Da macht auch Kapitao. Irgendjemand macht da auf. Bei meiner Ecke. Ist schon. Er hat mich gesehen. Da waren noch. Kacke. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Gehälder verhindern. Hock neben dir. An einem Tor. Ist nie bescheuert, ey. Kameras nutzlos. Könnt ihr nicht helfen. Fünfzehn Sekunden. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Die verrecken so früh und dann stimmt ihr auch noch ab und du rettest uns noch halb den Arsch, ey. Arschkinder. Ich würd's jetzt mal nicht provozieren. Das bringt mich gleich um. Mir aber nicht. Also wenn sie dich jetzt umbringen, dann sind sie doppelte Arschkinder. Ich werd mich mal nicht vor dich stellen, weil dann sterb ich auch noch. Und? Achso. Kamera war es stimmt ja. Ja. Jetzt kann man mich noch nicht töten. Versteck dich schon mal. Lass die Kamera, versteck dich lieber. Hier sind bestimmt Arschkinder. Und Echo haben sie. Echo macht schon was. Grab schon. Okay, der... Was? Von oben. Hat der mich jetzt... Ja, nee. Er kam aus dem Erdgeschoss, der Störsindermann. Ja. Ist auf jeden Fall da oben. Äh, Küche. Versteh ich aber nicht. Der hat gerade auf die Kamera gezielt neben mir. Und dann hat er... Überhaupt... Hat er erst so spät zu mir geguckt. Naja, die Killkern ist ja nicht so genau. Einsatz in 10 Sekunden. Twitch läuft ja auch noch rum. Naja, doch. So kann man das hier schon... 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ich bin ja gestorben. Nein, die ist ja gestorben. Standort des Bio-Gefahrgutbehälters unbekannt. Findet den Bio-Gefahrgutbehälter. Näh. Baustellenkamera wäre noch da, wenn Twitch nichts gemacht hat. Da mache ich sicherlich nicht auf mit Fuse. Ich lege mich mal ins Gemüse. Kurz. Die sind da bestimmt nicht drin. Und oben alles zu. Jäger haben sie vielleicht. Stacheldraht, 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 Stacheldraht. Jetzt machen sie da rauf. Komm schon. Kamera vor der Grappschwur ist im Kinderzimmer. Okay. Also da drin ist kaum noch was, was steht. Ich fahre mal rein mit der Kamera. Stöße und lass sie noch. Ja, Kamera vor der Grappschwur. Ah, hier im Garage ist jemand. Der letzte Garage. Garage. Ich jag ihn. Es ist Störsendermann. Hallo, Störsendermann. Komm, markier ihn doch nochmal. Ist immer noch unten im Gymnastikraum. Kann jetzt vielleicht hoch. Ja, danke. Ich komme noch halb rein. Der ist in das letzte Eck gegangen. Als ich ihn da unten verfolgt habe. Die hat sich schön verraten. Die hat nämlich durchs Fenster geschossen. Ja, Mensch. Oh nein, jetzt war ich zu langsam. Ich habe jetzt überlegt, was spielen wir denn? Ja, wir holen nochmal die Angreiferrunde. Scheiße, ey. Wieso, was wolltest du denn spielen? Na, Fuse. Ja, ist doch der aller allerbeste. Na, ja. Doch. Hast du ja gesehen, dass hier Sledgeguard alles gerissen hat. Ach, der kann nix. Guck mal hier. Vier Eliminierung, aber trotzdem hinter mir. So ein Nichtskammer. Ich habe, glaube ich, vier, fünf Stacheldrähte habe ich mit meiner Fuse-Ladung. Die haben mit Bandita alles vollgehauen. Mit anderen. Ja, der hat drei. Und dann haben noch andere. Es leckt. Oh, oh. Gleich ist wieder ein Platz frei. Jetzt muss ich wieder losbringen. Gleich bist du weg. Kennen wir ja. Jetzt geht's hier. 700er-Ping. Ich höre schon einen Störsender. Danke. Ich glaube, die sind oben. Ganz oben. Jo. Ach, da. Vor meiner Nase ist er. Ja, geht in der Zimmer. Oh, Mist. Hier kann ich nicht drüberspringen. Hier ist das Fairmobil-Schild. Als ob ich mich verrate, nicht doof. Scheiße. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Ah, ich bin raus. Position und View-Gefahrgut behält das unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Ist denn das jetzt wieder? Kaspersky vielleicht wieder? Ja. Die Uhrzeit passt, ja. Und jetzt, wo ich gerade die Runde aufnehmen muss. Ich schmeiße da schon C4 auf eine Kamera. Okay. Und öffne das da mal. Ja. Das war zu nah. Ach, Mann. Nee, da passe ich nicht durch. Oh, jetzt komme ich nicht mehr raus. Die haben sich wieder selbst umgebracht. Mit der Schrottflint. Okay. Ah, ist eine Matte. 4.2 steht's. Dat-Modus für den Datenbanken-Update festlegen. Automatisch, manuell, täglich, rechentlich. Nach dem Programmschlag. Oh, noch 35 Tage verbleibend, Lizenz. Jetzt habe ich keine Kamera mehr. Kannst du mir ja deine geben? Mhm. Aber erst, wenn ich wieder da bin. Frech. Naja, Kackposition. Ich brauche eine Kamera. Na, geht man sofort wieder hoch? Ey, das ist eine schissene Position. Ja. Hohoho. Hat der einen schönen Kopf gehabt. Den Bio-Gefahrgut-Behälter sichern. Ihr habt den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden. Weiter zu seiner Position. Na, komm. Jawoll. Geht doch. Ich gehe wieder raus. Tschüss. Tschüss. Tja. Bist du noch nicht da, oder? Nein? Aber mal wieder auf Haus gewonnen ist schön. Das tut immer gut. Naja. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau, tschüss. Amen. Amen.